Passionspiele Sankt Margareten Gelebter Glaube, Hoffnung, Gemeinschaft und Tradition Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt Wie sollen wir mit dir verfahren? Nach dem Gesetz des Moses ist sie zu steinigen Wer von euch ganz ohne Sünde ist Der werfe als erster diesen Stein auf Sie Hier 600 ehrenamtliche Laien-Schauspieler Bewegen durch ihre Darstellung des Lebens Des Leidens und der Auferstehung Jesu Christi Tausende Besucher Der reiner Lös der Passionsspiele Kommt karitativen und sozialen Projekten zugute Passionsspiele Sankt Margareten 18. Juni bis 21. August 2016 Alleluia 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 Untertitelung. BR 2018